Wenn die Helis nicht so gute Arbeit leisten würden, ey, dann hätte ich die schon längst ausgeschaltet. Oh, Handy vibriert. Hört auf mir die ganzen Viecher zu töten, ey. Du hörst mir. Ich krieg schon wieder eine SMS. Was ist denn heute los hier, Kehr? Oh, da ist ein Landmark, sehe ich gerade. Na, jetzt lass mich hier vorbei. Wie schön. So, du guckst auch hier. So. Oh, oh, oh. Multiple Comfort-Hands fighting. Keep them away from Hammer Daddy. What? 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 Why should he be right next? He should be running away. Hammer! Deltasquad, Hammer is down. Recover immediately. I have to finish this. Na? So. 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 Ach du Kacke. So. 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 kann ich den nicht irgendwo reparieren lassen? Na also wirklich jetzt... warum muss dieser scheiß Panzer so schwerfällig sein? Sooo, Dankeschön. Wieso komme ich da nicht hoch? Ich würde gerne aussteigen. Danke. Hä? Aber da stand doch irgendwas von... oder muss ich an die Stelle schießen? Also aussteigen sollte ich schon mal nicht. Heißt, ich muss... Ah, ok, verstanden. Ok, wieso ist der Panzer wieder heile? Ja? 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 Alter, was hauen die Raketen rein? Ähm, ja, so ist gut, bitte Dankeschön. So, Mission complete. Für diese eine Mission habe ich jetzt fast eine Stunde gebraucht, ey, ich glaub's ja nicht. Wo ist sie? Sie ist mit uns jetzt. Was sind Sie? Die Reise. Für was? Alles. Hm, das sieht leicht eklig aus. Das sieht noch leicht ekliger aus, dass daraus jetzt auch noch ein Vieh entsteht. Und dann auch so ein großes. Supreme Hunter. So. Jetzt erstmal kurz konzentrieren. Gedanken sammeln. Hui. So. Und Leben sammeln. Au. Nicht werfen. Ist gemein. Hör auf, Dinge auf mich zu werfen. Hey, ich wollte euch greifen, nicht kaputt hauen. Jetzt kriege ich das Ding noch nicht mal gescheit anvisiert hier, ey. Da ist er. Erstmal hier ein paar von den kleineren Mutanten einsammeln. ... einkligst. Entsache, einsammeln. Und dann schlafen jetzt den Reise schon mal zurart hochkommission. Und dann weg das Ding noch mal kurz. Oh, was ist meine Mama? Oh, was ist alles? Oh, was ist das du? Was ist das? Und dann haben wir gescheitert in den Reise. Und dann collecting das armor. Oh, was ist das? Oh, was ist denn? Das ist jeder? Ja, ich bin... keine... ey! Scheiße! Hallo, beweg dich, Alex Mercer. Dankeschön. Fuck, was mache ich dem wenig Schaden? Ja, ich mache dem extrem wenig Schaden. Also... Gut. Wir haben genug XP. Okay, survivability. Ja, das brauche ich per Chase. This upgrade reduces the delay. Jetzt habe ich nur noch richtig wenig. Hey, schon wieder. Ground Shatter, Air Knuckle Shockwave. Gucken wir mal... Consume Boost. Nein, das bringt mir nichts. Das kann ich mir noch nicht leisten. In der Ground Spec Upgrade. Hammer Fist Elbow Slam. Long Shot Grab. Muscle Mass Throat. Das kann ich mir alles noch nicht leisten. Aber immerhin... Alter, das Ding folgt mir ja überall. Sollte ich jetzt recht schnell Leben regenerieren. ... Oh, tatsächlich. OK. Stein in die Fresse So, jetzt will ich mir hier mal so ein Ding schnappen Weil die explodieren nämlich, aber macht nicht Au, wie ein Schaden Ah, das wird ein verdammt nochmal langer Kampf Und ich kriege einfach hier keine von diesen Blöden kleinen Mutanten gegriffen Äh, im Sprinten Weil die einfach immer nur so blöd stehen So, komm her Das macht dem Schaden